Immer mehr Chinesen vom Festland besuchen die Insel Taiwan. Viele möchten bei ihrem Besuch mehr über den Krieg 1949 zwischen der Kuomintang und der Kommunistischen Partei Chinas erfahren, der zur Gründung Taiwans führte. Auf mehr Touristen hofft Taiwan. Mit der öffentlichen Präsentierung seiner Kriegsgeschichte soll der Touristenverkehr aus dem Festland wachsen. Schon jetzt strömen tausende Besucher täglich zum Märtyrerschrein in Taipei. Es ist der Gedenkplatz für Kuomintang-Soldaten, die 1949 gegen die Kommunistische Partei Chinas gekämpft haben. Der Besuch entfacht oft hitzige Gespräche. Wir hatten diesen Austausch darüber, als wir in der Schule waren, wie die Bücher die Kuomintang und die Kommunistische Partei beschrieben. Und wir erfuhren, was ihre Bücher über die Geschichte zwischen der Kuomintang und der Kommunistischen Partei damals sagten. Zugleich sprachen wir über die Schulbildung unserer Kinder heute. Nach so vielen Jahren, es ist ganz anders, so wie Sie die zwei Parteien sehen. Ich denke, wir kommen der wahren Geschichte näher. Der taiwanesische Präsident Ma Yingzhou möchte die Beziehungen zu China ausbauen. Und so wurden viele Kriegsplätze zu Tourismusorten. Dazu gehört eine kleine Insel, genannt Matsu. Um den Tourismus zu fördern, setzt Präsident Ma ein Budget von umgerechnet über 400 Millionen Euro ein. Viele Taiwanesen sehen ihre Geschäftsmöglichkeiten im wachsenden Tourismusstrom aus dem Festland. Die Aussichten bisher sind gut. Das nächste goldene Jahrzehnt sollte gut sein, denn China hat eine Bevölkerung von 1,3 Milliarden. Die chinesischen Reisebüro-Kaufleute haben Folgendes berechnet. Wenn jedes Jahr 5 Millionen Touristen nach Taiwan kommen, braucht es 20 Jahre, bis es alle ein zweites Mal gesehen haben. Wenn das 20 Jahre andauert, dürfte das Geschäft, zumindest das kommende Jahrzehnt, gut laufen. Taiwans Verkehrsministerium schätzt bis zum Jahr 2015 eine Besucherzahl von über 10 Millionen. Die Hälfte davon aus Festland China.